Wusstet ihr schon? Könnt ihr vielleicht jetzt mal leise sein, weil ich würde jetzt... Danke. Wusstet ihr eigentlich schon, dass es auf der Ligna Trainings gibt? Das ganze läuft unter dem Motto zeigen machen können und findet in der Halle 11 statt. Da gibt es Wissen für Zimmerer, Tischler und Montageteams und wenn ihr da euch anmelden wollt, dann ist bei YouTube der Link unten, bei Facebook ist der Link oben. Wenn ihr bei Instagram guckt, solltet ihr zu YouTube oder Facebook gehen oder einfach auf die Ligna Seite, denn da findet ihr ja sowieso alle Infos. Also anmelden.